Die Gruppe hat sich jetzt geteilt und wir gehen jetzt auf Nahrungssuche und pflanzen uns dann in einem Park. Was ist das? Müller. Müller, Milch, Müller, Milch. Ihr wollt auch nicht etwa Alkohol holen? Nein, wir brauchen nur... Ah, waren wir hier nicht schon, Mann? Ja. Wie sind wir eigentlich gelaufen? Ich habe gar keinen Plan mehr. Ich meine, ich... Wollen wir dort lang? Dann gehen wir hoch, ja. Ich habe auch schon Schluss. Ich habe auch schon vor der Frau. Ist das zu Pommes? Nein, Rebe. No, danke. Filmst du? Nein, es war eigentlich nur für den Film. Achso, ich muss es ein Stubber bringen. Nein, das ist... Frau Magiera hat gerade die anderen Gruppe herbekommen. Wo ist denn jetzt der Geldeplatz? War der hier hoch? Oder... Ist das nicht der Geldeplatz? Nein, nein. Ah, Mensch, weiss das gar nicht. Wir sind da vorhin an einem Rebe vorbeigelaufen. Ja, was ist es weitergehen? Noin denn! Oder der Goethe. Gehen wir hier hoch? Ja, dann gehen wir da hoch. Ja, danke. Ja, ja. Wieso kommen wir nicht mal an so ein Schildchen? Goethe, wo man halt gar nicht. Ich weiß, füllen lieber und halt die Fresse. Ich weiß, ich will. Mensch, ihr habt auch schon Schluss. Nun ist das schön. Du hast da auch, gell? Ja, ja. Ja, ja. Toll. Wir sind schon seit einer halben Stunde. No, wir rennen schon nach einer halben Stunde. Ja, wir sehen die anderen mal. Rundertuch. Ähm, am gelben Haus links lang in der Pizzeria. Oder ist sie das? Ich schreibe so eine Lade. Nee, nee. Ich habe wieder alles ganz schön aufbaut. Ja. Das ist 49. Warte, die gibt's da weit. Haben Sie gerade? Haben Sie gerade? Ah, wieder die Zitzen treten. Warte, warte, warte. So, was ist hier? Ja, was hast du denn jetzt davon? Ja, es ist Eisbücher da. Ich bin hier in Nordrücken. Ich bin hier in Nordrücken. Ich bin hier in Nordrücken. Noch irgendwelche letzten Worte, Balou, bevor du wieder im Park scheißen gehst? Fick you. Das ist ein gutes Beispiel für nationalfizitulistische Sexübungen. Balou, auch noch einen Kommentar? Lauter. 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 Ne, man. Aber was der macht, will ich echt nie. Das ist Kamasutra, seit den 49. Der Typ ist echt zu herb. Bisschen schneller und höbst ab. Ein bisschen Friedhof zu saufen. Friedhof. Ein bisschen Friedhof. Dann passen wir uns einfach mal dem Dresdner Niveau an. Aha. Sagt Balou. Ja, ist für ein Möbel. Und was sagen Sie? Friedhofse auf dem Inn? Klar. Immer doch. Grabsteinschändung auch? Nein, nein, nein. Pröstili. Musst du das nicht auf dem Film haben, oder? Also was du jetzt sagst, ist echt alles drauf. Alles. Möbel. Oh, scheiße. Erzähl doch nochmal mit der Ruine. Mach nochmal bitte. Pissen. Nein, warte. Du musst fragen, wo kann ich jetzt mal pissen gehen? Ich stehe, das ist schon alles mit drauf. Du hast gerade auf Stop gedrückt. Jetzt mache. Los. Komm. Wir müssen das drauf haben mit der Ruine. Nein. Ey, du sollst jetzt sagen, ich war nur dran. Na und? Ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Na und? Was geht jetzt noch? Was ist denn vorhin? Na, da war die Kamera nicht an. Da war es nicht. Na und? Ja, das nimmt mich. Ich möchte vielleicht. Ich möchte das Trinken nutzen. War schon alles gut. Ja. tsch und 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 tsch. Ganz toll, dass du mich beim trinken filmst. Was für trinken? Mensch, trink doch einfach. Du, das ist auch drauf, wie du es gekauft hast. Ey, Alter. Aber erst nach dem Landheimzeigen. Ne, Mann, wir machen jeden Abend. Jeden Abend, heute Abend auch wieder. Rückblick. Ey, wir sind schau, Alter. Da nehmen Lehrern. Da nehmen Lehrern. Das ist los wie hier. Ach so, ist das jetzt echt schlimm? Die ganze Zeit. Also echt nicht ein Lehrer? Ja. Du bist ein Schick, Alter. Ne, Mann, ein Schick. Mann, echt. Das ist eigentlich geil, wenn ich mir übersehen will. Na gut. Du bist ja viel schneller, Mann. Ich weiß. Ich hab fast gar nicht drauf. Mach doch mal so schnell. Nein. Gehst du jetzt an die Ruinen pissen? Nein. Die deutsche Kirche, da puller sie dagegen. Die Stolz hab ich auch noch. Ein schlechter Schauspieler. Echt? Nein, das war ja nicht spontan. Scheiße, Magiera. Weg, weg, weg. Ey, nicht so eine schlechte Scherze. So. Jungs, Mädels. Gehst du jetzt an die Kirche pissen? Nein. Aber es geht jetzt, Bruder. Ach so, es geht eine Kirche, eine Ruine. Nein, es war mal eine Kirche. Eine Kirchenruine. Nein, eine Kirchenruine. Wieso steht da DWK? Nein, oh egal. Ich bin gesponsert von... Nein, Mann. DFK. Drehst du das heißen Keller? Du darfst mal DWK, aber... Ich weiß, du darfst mal gar keinen Lehrer. Hauptsache, DBK. Ich hab DFK gesagt. Na, was ist denn da mit DFK? Na, das ist schräg, ist umgefallen. Ach so. Sag ich, glaub ich, ein E oder so. Ist der Held? Ich weiß, ich vermisse schon richtig gut. Balu, trinkst du? Balu, trinkst du etwa? Such nie wieder nach Bananen, du musst den Baum hoch. Na komm, du willst doch auch... Dem isst Balu keine Bananen. Ich bin kein Affen, du verrückst. Na, Alter. Ich bin Balu aus dem Dschungelbuch. Und der isst keine Bananen. Balu frisst alles. Du frisst alles. Und der Balu raucht nie. Balu frisst nicht kleine Kinder aus. Hast du schon mal das Dschungelbuch gelesen, Alter? Ne, aber angeguckt. Ich bin nicht so mit vier Buchstaben. Du musst ja... sie... Ey, der Balu hat Tarzen. Wie soll denn das Feuerzeug bedienen? Nimmt er zwei Stehne? Ja. Na, zeig mal. Ja. Ey, das ist scheiße. Ey. Ein scheiß Neumotchi. Lass ihn doch mal, Junge, jetzt mal rauchen. Heiß Neumotchi Bärm. Na? Komm. Heiß Hightech Bärm. Heiß Hightech Balu. Ich komm mal rum. Was denn los? Geh doch mal in die Ruine pissen, das interessiert eh keinen. Vor allem, wenn jemand kommt. Die sagen doch nichts. Kannst du dir deine Überfallnummer bringen? Nee, das ist ein Mann dabei. Na und? Sag einfach, wir können wieder Leute überfallen. Ich komm wieder Leute überfallen! André, echt? Wie André, echt? Du machst mit? Nein, nein, nein. Balu macht sowas nicht. Balu ist ein schwuler Wichser. Ich bin stolz drauf. Ein Brom Balu. 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 Playstation Elite Balu. Na komm, Alter. Ja, durch wen hast du das gelernt? Durch einen Meister an sich. Ja, mit mir. Dann möchtest du jetzt mal. Schwenk mal, schwenk mal. Damit ihr auch mal seht. Was für ein hässliches Profil, Alter. Ah, fäge dich. Warte, ich zeig einen Schuh. Ich zeig einen Schuh von dem Meister. Mhm. Balu, kiffst du eigentlich schon? Nein. Trinkst du? Nein. Hast du Zeck? Zeck nicht. Nie. Aber du, stehst du immer so auf Mowgli? Boah, der ist doch schwule Mensch. Das wird ja. Na, der arme Henke. Henke war der Mowgli. Echt? Na klar. Guck dir den Lenz-Schurz an. Ne, Mann. Mariana ist hier. Ich zeig euch bloß. Ich zeig euch bloß. Das sieht irgendjemand irgendwann. Wie heißt denn der Affe, Alter? Der Balu. Das ist ein Bär. Wir brauchen Spitznamen für alle. Ihr seid bescheuert. Ich bin nicht. Ich bin der Kameramann. Ich bin der, der das gezeichnet hat. Ja, Kamerabimbo. Ist mir auch egal. Ich kenne wer du bist. Hast du jetzt nicht mal den hier filmen? Nein. Hast du den Spitznamen schon die ganze Zeit gebraucht? Nein.